So ja Leute, was ich noch sagen muss. Ich renne jetzt ein bisschen hier vor, dass ich den Zug noch erwische. Dass ich den Zug noch erwische. Und zwar ist heute Donnerstag der... Ich weiß gar nicht auswendig. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ok, der 9. April. Und ja, ich gehe wieder nach Rosenbach. Wir sehen uns dann in Rosenbach wieder. Tschüss!